Wir drehen ja auf Mauritius, den ersten Werbefilm für Tudiefel.com. Es ist wunderschön. Es ist wirklich sehr gut hier auf Mauritius. Auf dem Flugreiseportal wird es zukünftig neben dem Flug noch viele weitere Extras zu buchen geben. Und genau das spiegelt der Film wieder. Die Geschichte ist ziemlich einfach. Wir haben eine Gruppe Reisender, die gerade am Flughafen ankommen und nacheinander abgeholt werden. Also die erste Gruppe fährt mit dem Bus weg, dann kommt noch eine Mietwagen. Es ist schließlich noch einer verloren übrig bleibt, der dann von einem Esel abgeholt wird. Okay, Video. Stand by for Bus. Ready and everybody is just in position, relax. It's Holiday. Turn over Jens. Turn over and action. Hang up guys. Turn over Jens. Action first. Hey. Ich war's. 不会, ich bin dran. Wenn du noch nicht, ich versuchst. Ich war's. Wenn du noch einführer ist. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Action, Limousine! Just to touch up make-up for the donkey, hey? How are you? Let me just... Turn on, action! One can not assume things here, it won't come back. Beautiful! One second, and action, turn on! And good! One second, and a half! One second, and a half! One second, and a half! Two second, and a half! One second, and a half! Further down, just like 15 meters further up the road and then get me up and stop from Jens Moskowitz! Action! Fuck! Wenn man so sieht, wird man ein ziemlich blöder, blöder Sky. Aber wenn man so sieht, und sogar so sieht, wird man die Blüte Sky. Das ist das, was man grundsätzlich braucht für ein Travel-Konferenz. Komm, pass auf, das ist weg. Körb, gut, gut. Wunderfoll. Da, 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 da. Auf behalf of Navigator 5399 zu Jungfern, Matt & Juhl, wir vielen Dank. Vielen Dank. Das wird sehr schön. Whisky. Guten Tag. Es ist keiner vom Esel gefallen. Leider. Alles gut funktioniert. Das Angebot hat mich schon überzeugt. Auf jeden Fall, also ich würde es wieder buchen.